Wir werden mal schauen, in welchem Stand du dich befindest. Wir gehen in der Zeitskauer. Das heißt, lebst du in der Vergangenheit, lebst du in der Zukunft, lebst du im Hier und Jetzt? Oder vielleicht transportierst du und projizierst du deine Vergangenheit in deine Zukunft? Also Thema Zeitlinie, Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Montagabend von 18 bis 20 Uhr.